Hallo, grüß euch! Ich stehe da jetzt gerade mitten drin im Innsbruck-Habberg-Isl-Stadion. Mega Stimmung, was da heute ist und ich treffe mich heute mit zwei ehemalige Wörklasse-Skifahrerinnen, Maria Höfl-Risch und Mali Schild und ich werde sie jetzt einmal entführen auf den höchsten Punkt der Chancen, auf den Zitterbalken und da werde ich sie noch einmal bescheid ausfragen und schauen, was jeder zu sagen. Ja, Maria, es ist heute mal irrsinnig, dass wir den Weg jetzt an der Aufer gefunden haben. Herr Giesl hier oben auf den Zitterbalken, wie geht es dir da dabei? Also das muss ich sagen, auf Schanze mit so einer Höhe bin ich wirklich noch nie gesessen und ja, Zitterbalken trifft es glaube ich schon recht gut, also es geht hier doch sehr steil abschüssig los und natürlich, ja ein Wahnsinn, wenn man da runter schaut in diesem Kessel und man springt eigentlich ins Nichts, also es ist wirklich spannend für mich. Ja, aber würdest du jetzt am Becken da einfach mal richtig mit Ski, auch ob jetzt Alpinski oder wie immer, da oben zu sitzen und runter zu springen? Ja, also wie gesagt, auf so einer großen Schanze habe ich das noch nie gemacht, aber wir haben das früher manchmal im Sommer sogar als Training gemacht, einfach um, weil wir ja auch bei der Abfahrt viele Sprünge haben, aber wir haben es natürlich nicht wie ihr auf die Weide gemacht, sondern genau andersrum, wir haben versucht die Schanze möglichst gut zu drücken. Also das Rennen fahren überhaupt nicht, also ich habe jetzt zwischen Weihnachten und Silvester, war ich mit zwei Jahren Skifahren und es war grausam, weil einfach das Wetter furchtbar war und keine Sicht und ich habe mir dann nach einer Stunde gedacht, warum tue ich mir das eigentlich an, das habe ich oft genug machen müssen, als ich es einfach eben noch machen musste und deswegen bin ich dann gleich auf die Hütten und jetzt war ich aber am zweiten Januar und da war tolles Wetter, tolle Bedingungen und da habe ich einen Riesenspaß gehabt, aber es ist einfach so, ich fahre dann in der Früh mit der ersten Gondel, fahre dann zwei Stunden Ski und genieße es, solange noch nicht so viel los ist. Gut, dann gefällt mir, wenn wir uns wieder mal sehen. Jawohl, ich mich auch. Vielleicht einmal bei einem Start von einer Abfahrt bei euch. Ja, zum Beispiel. Ciao. Tschüss. Am Zitterbalken sitzen wir jetzt noch von einer meiner Lieblingschanzen, muss ich sagen, in Bergissel. Wie geht es dir dabei? Nein, ich denke mal, ich bin jetzt auch da her gesessen und habe sofort irgendwie, ja, man kriegt so ein Wettkampfgefühl, so ein Adrenalingefühl, wenn man da rum sitzt, denke ich mal. Ich denke, es ist sicher eine große Anspannung, wenn man da sitzt und weiß, man muss jetzt die Leistung fangen, aber ich glaube, es macht auch sehr viel Spaß und ja, ich fühle mich eigentlich recht wohl. Gibt es für dich irgendwie einen Vergleich zwischen Skispringen und Skifahren? Ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Ich sage einmal, gerade wenn ich jetzt da sitze und mich jetzt in einen Springer reinfühle und man denke, ich springe jetzt da runter, ist sicher das gleiche Gefühl, so wie wenn ich jetzt beim Slalom oder Riesenslalom am Start stehe und weiß, ich muss jetzt da die Top-Leistung bringen, also die Anspannung ist sicher die gleiche und ich denke mir oft, wenn ich zuschaue. Und der Letzte sitzt noch oben und unten ist es gar nicht mehr und man weiß, okay, man kann es jetzt wirklich schaffen und das ist es absolut gleich. Vor allem, man steht ja nicht so gerade als Letzte oben, man hat ja schon irgendwo an Erfolg gehabt. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, so ist es. Wer gewinnt? Ich hoffe Österreicher. Du hoffst Österreicher, da bin ich dabei. Wer? Ich glaube, das ist jetzt noch Spaß am Sagen. Es stehen noch zwei Springen an und ja, Kraft oder Heiberg? Jetzt ist Kraft. Dasst ist das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020